Da hat er zu früh reingezogen. Und er hat aufgebaut. Und dann hast du mir das Nachtfach gemacht. Meine Damen und Herren, es war Wahnsinn. Wer hier noch mal vom Gas geht, kann er fährt. Nicht weitergehen! Nicht mehr ohne! Da hat ihm das für eine Pop-Zeit hingekommen. Die Fahrer zeigen Leistung. Wenn keine Leistung da ist, kann ich ja nichts kombinieren. Sieben Stunden Fahrt, 500 Kilometer. Bin fünf oder sechs Mal durch Galberts Rutsch in Ahlze gefahren. Hier darf man gar keinen Fehler machen. Ich hatte dann die Ehrenfallaufgabe, die ganze Beantwortung zu übernehmen. Der Wolfgang Friedrich hat seinen Golf rechtsfürstallig weit abgelegt. Autototalschaden. Amol Wagner, der heute einzigartig geabt hat. Der Golf ist immer los. Es ist dann immer noch ein paar Autos von Orts aus, der sich schon verheizt worden. Ich habe einen Topfershop gehabt mit der Feuerwehr. Mir hat sie gefallen. Also ich bin sie gar nicht gefahren, muss ich sagen. M smiles den Koen nach! M Okey-Pferdowski